die wilde natur kanadas zu erkunden steht im vordergrund auf den geführten quad touren von daniel fichter der gebürtige schweizer hat in nimpo lake sein unternehmen canada quad com aufgebaut und lädt ein zu dreitägigen quad touren an den charlotte lake in british columbia berge sehen wiesen und bäche warten rund um den see darauf mit dem quad erkundet zu werden die unterkunft der piloten die adnaco lodge liegt auf dem weitläufigen tilcotin plateau direkt am see bei den zwischenstops lädt das kühle nass der seen und flüsse dazu ein die müden beine im wasser baumeln zu lassen und 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 verfügt, um im Fall der Fälle aus misslichen Lagen befreien zu können. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Quad-Touren in British Columbia umfassen drei Übernachtungen. Im Preis von rund 1035 Euro sind Verpflegung und zwei geführte Quad-Touren je vier bis fünf Stunden für zwei Personen inbegriffen. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal vier Personen beschränkt. Die Quad-Touren in British Columbia umfassen drei continua in der Schule. Dann